Servus bei ANKR.TV, ich weiß, dieser Kanal verkommt langsam zu einem Unpacking-Kanal, aber das Gusterstickel, was da drin ist, möchte ich euch wirklich nicht vorenthalten, also los geht's. Heute haben wir wirklich eine richtig seltene Hardbox zum Auspacken. Ich habe das Paket da schon einmal aufgeschnitten, damit ihr jetzt nicht ewig zuschauen müsst, wie ich mit der Verpackung herumkämpfe, also schauen wir uns das gute Stück gleich einmal an. So, wir haben da den Film Mondo Erotico in 80 Betten um die Welt. Dieser Film gehört, es steht eh schon oben, zum Sexploitation-Genre. Sexploitation war so in den 60er, 70er Jahren ein Genre, was sehr beliebt war und war damals, glaube ich, wesentlich sexueller angehaucht als heute. Heutzutage steht es oft auch in Verbindung dann mit sexuell und sexueller Gewalt. So ein Unterschenre von dem Sexploitation-Genre ist zum Beispiel das Rape-and-Revenge-Genre. Ich glaube, also ich kenne diesen Film noch nicht, aber ich glaube, dass dieser Film schon eher in die Erotik-Richtung schlagt, als wie in die Brutale, also in die Blut-Gore-Brutalität-Richtung. Der Regisseur ist der Jess Franco, das ist ein Spanier. Und diese Hardbox hat eine Limitierung von 66 Stück. Es war tatsächlich sehr schwierig, diese Hardbox zu bekommen, beziehungsweise diesen Film in Blu-Ray-Version zu bekommen, ist allgemein eher ein schwieriges Unterfangen. Ich drehe jetzt das einmal um, oder einen Moment, ich drehe es lieber nicht um. Oder machen wir es so, jetzt mache ich, machen wir es so. Ich mache eine Plus-18-Version von diesem Video und eine Unter-18-Version. In der Plus-18-Version drehe ich das jetzt gleich um. In der Unter-18-Version kommt ein Schnitt und es geht danach wieder weiter, weil ich kann das auf YouTube, glaube ich, nicht zeigen, was da hinten drauf ist. Gut, dann schauen wir es uns von hinten an. Also, in der Plus-18-Version geht es jetzt weiter. In der Unter-18 kommt da jetzt ein Schnitt. Wie gesagt, der Name Mondo Erotico in 80 Betten um die Welt. Der Film selber ist schon älter. Und wenn mir dieser Film gefällt, dann werde ich demnächst sicher noch mehrere Filme von dem Regisseur bestellen, weil ich habe schon einige Titel von dem Regisseur gesehen, die sehr verlockend klingen. Zum Beispiel die nackten Superhexen vom Rio Amare. Finde ich, klingt auch sehr vielversprechend. Aber jetzt schaue ich mir mal zuerst den Film an. Das war es schon wieder mit dem Video. Ich wünsche euch noch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.